Neuer Monat heißt neue Dividendenaktien kaufen. Das Dividendendepot, das ich im Januar gestartet habe, ist bereits über 14.000 Euro gewachsen. Ich möchte das Ganze ja auf 100.000 Euro bringen und zeige dir jeden Monat hier mein Vorgehen für die Auswahl der nächsten Zukäufe. In diesem Video wird es ein bisschen spannender. Es ist etwas anders als sonst. Ich mache nämlich nur einen Zukauf und es ist diesmal auch keine Einzelaktie, sondern ein ETF. Und dieser ETF, der macht Optionshandel auf eine bestimmte Aktie und möchte damit 108% Ausschüttung realisieren. Ob das Ganze realistisch ist, wie das möglich ist und ein kleiner Exkurs in Optionshandel, falls dich das interessiert, das erwartet dich im heutigen Video. Viel Spaß! Damit starten wir direkt rein. Dividendendepot Update Juni. Ihr seht schon, ich habe es hier schon eingebucht. Das heißt, der Kauf ist schon durchgeführt. Wir sind jetzt bei 14.862 Euro im Dividendendepot. Kursgewinn 150 Euro, interner Zinsfuß 7,69%. Und wir haben bereits 51,37 Euro an Dividenden erhalten. In der Parkett-Dividendenübersicht sehen wir auch, dass jeden Monat die Dividende jetzt hier schon gestiegen ist. Ist aber nur Zufall. Kommt natürlich immer auf die Ausschüttungsmonate an. Aber auch nett zu sehen, die Entwicklung, dass das Ganze hier nach oben geht. Die letzten Auszahlungen an Dividenden kamen hier im Mai von British American Tobacco 24 Euro, Realty Income 4 Euro. Und der Juni sieht auch schon wieder nett aus. Ankündigung 44,54 Euro. Chevron, Pfizer, Bechtle und Realty Income zahlen aus. Die Dividendendepot-Anforderungen, falls du jetzt erst in diesem Juni hier dazu stößt, einfach mal bei Google oder YouTube eingeben. Dividendendepot Geldschnurrbart. Dann kommst du zu dem Starter-Video, wo ich erkläre, was mir wichtig ist beim Dividendendepot. Zum Beispiel, dass ich alle 11 Gig-Sektoren abdecken möchte, um diversifiziert zu sein. Ich möchte jeden Monat eine Auszahlung erhalten und so weiter. Wie ist der Stand aktuell? Wir haben schon das eine Teilziel erreicht. Wir bekommen schon in jedem Monat eine Dividende ausgeschüttet. Hier in der Übersicht. Das heißt, jeden Monat kann man sich freuen. Und jetzt natürlich auch spannend die Frage, wie ist die erwartete Dividende für das nächste Jahr? Also das nächste Jahr, in dem ich gesamt investiert bin. Dieses Jahr ging es ja erst los mit den ersten Dividenden im März. Und das ist die Kurve, die immer weiter ansteigen soll. Das heißt, aktuell, auch hier Parkett-Empfehlung an der Stelle, hat eine nette Prognose. Das heißt, 2025 erwarte ich 717 Euro Dividende von meinem Depot. Aber wir machen ja heute auch einen Zukauf von 2000 Euro. Und das ist ein spezieller Zukauf, wie ihr gleich sehen werdet, der das Ganze hier nochmal schön boosten wird und die erwartete Dividende auf ein neues Allzeithoch bringen wird. Die Gig-Sektoren schon angesprochen. Wir decken hier schon 10 der 11 Gig-Sektoren ab, einfach um über die Branchen diversifiziert zu sein. Heute kommt kein Sektor hinzu. Das sei schon mal gesagt, weil wir einen speziellen Dividenden-ETF hier hinzukaufen. Den kann ich jetzt keinem Sektor zuordnen. Dazu aber gleich mehr. Das Dividendendepot also stand jetzt 14.842 Euro. Aber was ist mein Zukauf für diesen Monat in Höhe von 2000 Euro? Der Zukauf in diesen Monat ist ein ETF, der sich nennt MSTY.US. Das ist das Kürzel Yieldmax Micro Strategy Option Income Strategy ETF. Das ist der Kursverlauf an der Stelle. Und ihr seht, es ist eine monatliche Dividendenauszahlung. Dieser ETF verspricht eine extrem hohe Dividendenausschüttung. Und warum ich aber glaube, dass das Ganze realistisch sein kann, erkläre ich euch heute ein bisschen ausführlicher in einem Video. Die machen innerhalb dieses ETFs nämlich Optionshandel auf eine Aktie, die ich auch noch gleich vorstelle. Das heißt, sie verkaufen Optionen und vereinnahmen so Prämien. Und das machen die jede Woche. Also heute ein kleiner Exkurs auch in Optionshandel in diesem Video. Der ETF ist aber nicht überall handelbar. Oder ich habe es vorhin bei OnVista geschaut. Da kann ich ihn zum Beispiel nicht kaufen. Das ist auch wieder der Vorteil oder Grund, warum ich das Dividendendepot bei Freedom24 eröffnet habe. Weil ich hier Zugriff auf fast alle möglichen ETFs weltweit habe. Also hier ist er auf jeden Fall gelistet. Hier kann ich ihn kaufen. Und auch werde ich ihn in US-Dollar kaufen. Und ich habe hier, kann man oben switchen, das D-Sparkonto. Auch schon öfters erwähnt. Hier lagere ich quasi Geld, bis ich es dann investiere. Weil ich bekomme hier täglich Zinsen. Auch das nochmal an der Stelle gesagt. Ihr bekommt bei Freedom24 aktuell Tagesgeldzinsen. Mit Tagesgeldzinsen 3,83% auf Euro. Aber ich wechsle es immer mit einem Klick in US-Dollar. Dann bekommt ihr nämlich 5,33% aktuell. Und ich brauche es ja sowieso in US-Dollar, um die Aktien zu kaufen. Also schaut es euch gerne an. Bisher seit Januar nutze ich das Ganze. Bin sehr zufrieden. Auch Festzinsangebote bekommt ihr noch mehr an Zinsen für 3, 6 oder 12 Monate. Link in der Beschreibung. Unterstützt den Kanal. Vielen Dank. Zur Erklärung von diesem ETF, was der Ganze macht. Also erst mal bin ich auf den ETF aufmerksam geworden. Durch meinen Buddy Remo. Verlinke ich auch. Guter YouTube-Channel. Jetzt noch sehr aktiv auf Twitter. Wer ihn noch nicht kennt. Und er hat mir gesagt, hey, schau dir das Ganze mal an. Er hat auf jeden Fall heftig zugekauft hier. Und jetzt habe ich mir das mal angeschaut. Weil Optionshandel machen wir ja auch einiges dazu. Und vor allem mein Kumpel Alex hier aktiv. Das heißt, für mich klingt das sehr plausibel, dass hier ein ETF Optionshandel betreibt. Das heißt, das Ganze ist auch aktiv. Also kein klassischer ETF. Sie haben es nur in diesem Mantel. Aber dahinter wird aktiv Optionshandel betrieben. Und das erklärt auch, weil aktuell schwankt hier jeden Tag auf der Webseite, also Yieldmax Micro Strategy, eine Rendite von 104,72%. Das ist die Dividendenrendite aufs Jahr gesehen, wenn das Ganze so weiterläuft, wie am letzten Tag. Das war jetzt vor zwei Tagen noch bei 88%. Aber sei es drum, eine extrem hohe Dividendenrendite. Warum ich nicht wirklich damit rechne, das auch noch später. Aber warum ich das Konzept dahinter sehr interessant finde. Dazu muss man verstehen, was dieser MSTI, Yieldmax Micro Strategy Option Income ETF genau macht. Also das Ganze ist auch beschrieben auf der Webseite, auch in der Beschreibung verlinkt. Das ist ein aktiv gemanagter Fonds. Der möchte monatlich Einkommen generieren, indem er Call Optionen verkauft. Und zwar auf eine Aktie, nämlich Micro Strategy. Auf der Webseite, oder es gibt noch viele andere, einer ETF macht es auf Tesla oder auf Apple. Egal. Und das Ganze machen wir ja auch schon eine Zeit lang. Optionen zu verkaufen, also als Stillhalter, erkläre ich jetzt aber auch gleich. Und wie kann es jetzt sein, dass dieser ETF so hohe Renditen erwirtschaften möchte. Und wenn man auf der Webseite auch schaut, dann sieht man zum Beispiel, was aktuell auf dem Balance Sheet ist. Und dann findet man hier so eine Zeile. Die sieht relativ kryptisch aus, aber am Ende vom Video wirst du verstehen, was das Ganze bedeutet. Das ist nämlich eine Schreibweise für Optionen. Und hier sieht man auch sehr gut, was dieser ETF macht und wie so eine Rendite zustande kommen kann. Also, Micro Strategy ist die Aktie, auf die Option verkauft werden. Und Micro Strategy habe ich ja ebenfalls schon länger auf dem Schirm und bin im Firmendepot hier auch investiert, weil Micro Strategy als IT-Firma begonnen, gesagt hat, hey, wir holen die Großen eh nicht ein, wir müssen was anders machen. Und dann haben die einfach Bitcoin gekauft, ohne Ende. Und wir sehen hier aktuell Micro Strategy, Kurs von 1700 Dollar, extremst gut gelaufen. Und ich glaube, dass das Ganze noch weiterhin extrem gut laufen wird, die nächsten Jahre. Begründung ist, sie halten mehr Bitcoin als die USA oder China oder UK, also als Länder. Sie haben aktuell 214.000 Bitcoin. Und der CEO Michael Saylor sagt, sie machen das auch weiter. Und die Strategie ist sehr einfach und warum es auch Sinn macht, Micro Strategy hier vielleicht als Investment zu sehen, keine Anlageberatung. Aber Micro Strategy hat als börsengelistetes Unternehmen natürlich die Möglichkeit, Schulden aufzunehmen in US-Dollar. Und wir wissen alle, US-Dollar und alle Fiat-Währungen durch Inflation verlieren immer an Wert. Und was machen sie mit diesen Schulden, die an Wert verlieren? Sie kaufen Bitcoin. Und was macht Bitcoin? Bitcoin steigt. Natürlich gibt es Schwankungen, aber ich glaube, Bitcoin wird weiterhin steigen. Und wenn man diese Hypothese glaubt, dann sehe ich Micro Strategy auf lange Sicht, einfach nur deshalb, weil Bitcoin steigt, weil Micro Strategy die Möglichkeit hat, sich Schulden, neue Schulden in Fiat-Währungen aufzunehmen und damit Bitcoin zu kaufen, glaube ich, dass auch hier der Kurs sich die nächsten Jahre nach oben entwickeln kann. Und jetzt schauen wir uns im kleinen Exkurs über Optionshandel an, was jetzt diese ETF genau macht. Und zwar können wir in dieser Zeit, hier oben schon mal einiges sehen, was eine Option nämlich genau ist. Erstmal die Schreibweise. Also Optionen sind Termingeschäfte zwischen Käufer und Verkäufer. Und der ETF sagt auch klar, sie sind Verkäufer von den Optionen. Es geht dabei um eine bestimmte Menge Kontrakte. Das sehen wir hier 50. Das heißt, 50 Optionskontrakte haben die aktuell oder haben sie nicht, weil ein Minus davor ist, haben sie verkauft, aber es sind 50 Stück. Und ein Kontrakt bei Optionen steht immer für 100 Aktien. Das bedeutet, und jetzt kommt nämlich auch der Grund, warum man überlegen kann, hey, ich kann noch Optionshandel selber machen auf MicroStrategy. Ja, bei einem Kurs von 1.600 Dollar bedeutet ein Optionskontrakt aber, dass du 100 mal 1.600 Dollar, das heißt, 160.000 US-Dollar, so viel Wert bewegst. Das heißt, so viel Wert musst du in deinem Depot haben, als Aktien, dass du zum Beispiel eine Call-Option verkaufen kannst. und das werden die wenigsten haben und das ist ein weiterer Grund, warum man sagt, okay, ich will das oder ich kann das gar nicht finanziell selber machen, deshalb kann ich mir über so ein ETF das machen lassen. Und das andere ist, sie machen die Optionen wöchentlich und das ist auch mehr Aufwand. Das heißt, vielleicht will der eine oder andere auch nicht jede Woche hier neue Optionen raussuchen und schreiben. Also das zwei Gründe, warum der ETF Sinn machen kann. Und um das mehr zu verstehen, also wir sehen hier, was sie machen. Das heißt, 50 Kontrakte, 50 Optionskontrakte. Es liegt immer ein Underlying zugrunde, also ein Basiswert, um den es geht und das ist hier links, nämlich die MicroStrategy Aktie. Und die Termingeschäfte, die gelten immer bis zu einem gewissen Termin, dem Verfallstag. Das ist hier der 14. Juni. Das heißt, es wird was zugesichert bis zum 14. Juni, jetzt noch eine Woche. Und zwar über einen vorab fixierten Preis, den Basispreis. Und das sind hier 1820 Dollar. Das heißt, wir haben gerade gesehen, MicroStrategy ist so bei 1700 Dollar und der ETF sagt jetzt, wir verkaufen eine Call-Option für den Preis bei 1820 Dollar, also höher. Wird gleich noch wichtig. Und jetzt noch diese Termingeschäfte. Ich kann entweder kaufen, ein Call oder verkaufen, eine Put-Option. also in diesem Fall, das sehen wir an dem kleinen C hier, ist es eine Call-Option. Das heißt, diese Option, wer die besitzt, der hat das Recht, aber nicht die Pflicht, dass er die Anzahl an Optionskontrakten, also in dem Fall 50 mal 100, also 5000 MicroStrategy-Aktien kaufen darf zu dem Preis von 1820 bis zum Ablauf der Option, nämlich bis zum 14. Juni. Also, das ist mal erklärt, die Option als ein Beispiel, die hier in dem ETF aktuell im Balance Sheet steht. Minus bedeutet, dass der ETF diesen Optionskontrakt oder die 50 Optionskontrakte verkauft hat. Und warum macht er das? Das ist nämlich der Grund, wie sie Cashflow generieren und die Dividende. Wenn man so eine Option verkauft, das heißt, man gibt jemand anders dieses Recht, dass er bis zu diesem Termin für diesen Preis von uns 50 mal 100 MicroStrategy-Aktien kaufen darf, dann ist es ja wertvoll. Das heißt, der kauft uns diese Option ab für eine Optionsprämie und die vereinnahmen wir sofort. Und das ist das Einkommen, wie dieser ETF seine Dividende generiert. Also, hier auch nochmal dargestellt, das heißt, in unserem Fall, wir sind immer der Verkäufer oder der ETF auch, wir verkaufen eine Option an jemand anders, dass er von uns die MicroStrategy-Aktien für den und den Preis abkaufen darf, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und hier noch, und damit schließen wir den Optionshandel-Exkurs auch gleich ab. Es macht Sinn, beim Optionshandel diese sogenannten Stillhalter-Geschäfte zu machen, weil sie einen systematischen Vorteil haben. Das heißt, wir wollen meistens der Verkäufer von diesen Optionen sein. Oftmals Broker oder so bieten euch nur an, der Käufer von Optionen zu sein. Das sind dann Optionsscheine. Aber es macht statistisch mehr Sinn, Verkäufer zu sein, weil wir in zwei von drei Fällen gewinnen. Jetzt angenommen für unser Beispiel, das ist der MicroStrategy-Kurs und wir sichern jetzt jemand anders zu, hey, bis zu diesem Zeitpunkt, die blaue gestrichelte Linie, bis dahin hast du die Option, dass du uns 50 mal 100, 5000 MicroStrategy-Aktien abkaufen darfst für den Preis, die obere durchgezogene blaue Linie, 1800 Dollar. Was kann jetzt passieren in dieser Woche? MicroStrategy kann im Kurs fallen, dann verfällt diese Option wertlos, er wird sie nicht ausüben, weil warum auch? MicroStrategy ist gerade niedrig, aber ich habe eine Option, dass ich sie irgendwie teurer kaufen kann, macht keinen Sinn. Das heißt, in unserem Fall nichts passiert mit der Option, aber wir haben am Anfang eine schöne Optionsprämie kassiert. Der zweite Fall, der MicroStrategy-Kurs bleibt, geht seitwärts, auch dann wird der Käufer nichts machen, weil es ja teurer ist und wir haben trotzdem die Optionsprämie kassiert. und nur in einem Fall, aber auch da gibt es wiederum Möglichkeiten, würde es gegen uns laufen, das heißt, im Fall, dass MicroStrategy jetzt ansteigt und zwar so stark ansteigt, dass es über die 1800 Dollar geht, die wir zugesichert haben. Das heißt, wenn es auf 1790 geht, ist sogar immer noch alles gut, Optionsprämie, wird nicht ausgeführt, aber wenn es da drüber geht, dann wird der Käufer sagen, hey, cool, MicroStrategy, die steht jetzt bei 2000 Dollar, ich habe aber hier die Option, dass ich es bei dir für 1800 kaufen darf, das möchte ich jetzt gerne ausüben und dann müssen wir für diesen Preis die Option ausliefern. Also nur mal, dass du das gehört hast, was hinter Optionshandel steckt und falls dich das Ganze noch mehr interessiert, kann man auch für Aktien, die nicht so viel kosten als Einzelaktie, sehr, sehr einfach machen. Wir haben eine kostenlose Artikelserie auf dem Blog, einfach Geldschnurrbart Optionshandel eingeben, das sind insgesamt acht Artikel, was sind Optionen, wie kann ich das selber machen und so weiter und ja, schaut das gerne an, alles kostenlos. Dann Alex, der das ja aufgebaut hat, mein Kumpane hier, der macht das privat für sich selber, ist bei 17% Rendite ungefähr, das vielleicht auch mal in Relation gleich und er wirtschaftet rund 300 US-Dollar monatlichen Cashflow, während er Vollzeit angestellter Zahnarzt ist. Genau, und wir haben jetzt im letzten Jahr, oder hat er besser gesagt, den Kurs gelauncht, das heißt, wenn du die Artikelserie dir anguckst und sagst, oh, ist cool, aber ich möchte jetzt irgendwie noch wirklich die praktischen, die praktischen Feinheiten, weil Handelsmaske und so weiter, Steuer, da gehören ein paar mehr Sachen dazu, dann gibt es jetzt auch einen Optionshandelskurs mit Telegram-Gruppe und so weiter, alles in der Videobeschreibung. Jetzt haben wir verstanden, was dieser ETF macht, nämlich Optionshandel auf MicroStrategy und jetzt kann man sich auch näher die Informationen anschauen, also es gibt ganz normal eine E-Sinn und Name, er wurde jetzt frisch aufgelegt, also im Februar erst, aktueller Preis 34 Dollar und rund 200 Dollar im Fondsvolumen. Das Ganze, die haben auch noch mehr ETFs, also zum Beispiel nicht nur ein ETF, der Optionshandel macht auf MicroStrategy, sondern auch auf Nvidia, auf Tesla, auf Microsoft. Das Ganze ist so ein Webinar, das ist eine Stunde, YouTube verlinke ich auch mal, ich habe mir das angeschaut, nicht alles ist relevant oder für mich jetzt relevant gewesen, ich wollte nur verstehen, wie diese eine ETF genau funktioniert, schaut euch das gerne mal an und auch die Webseite von diesem ETF, wenn man sich das mal anschaut, ist natürlich schon sehr surreal, aber MicroStrategy bewegt sich einfach so extrem und wenn was sehr volatil ist, dann sind auch die Optionsprämien sehr hoch. Das heißt, es ist nicht komplett unrealistisch, dieser Wert, der hier gerade steht mit 104%. Die Ausschüttung pro Aktie sind hier in den letzten Monaten, also es wird einmal pro Monat ausgestüttet, 4 Dollar, 2 Dollar, 50, 3 Dollar. Und wenn man jetzt quasi 3 Dollar nimmt und das hochrechnet, wenn es jetzt so weiterläuft, dann wäre man wirklich bei 104%. Und das ist surreal, ich will es trotzdem aber jetzt mal ausprobieren, das heißt, ich investiere in diesen ETF, aber für meine Berechnung, ich freue mich dann, wenn es besser wird, nehme ich mal eine konservativere Dividendenrendite an, nämlich von 15%. Wir haben schon gesehen, Alex ist bei 17% mit Optionshandel, also ich nehme mal 15% an. Ich habe die jetzt auch schon gekauft, hier bei Freedom24 investiert, 2.000 Euro und damit ist das Dividendendepot zum Stand Juni jetzt um diesen Titel weiter, also nächsten Monat geht es wieder weiter mit Einzelwerten, ganz klassisch, aber diesen Monat habe ich jetzt mal diesen ETF noch hinzugenommen. Wir bekommen weiterhin in 12 und 12 Monaten eine Ausschüttung. Hier habe ich mal die Rendite von 108% wie angegeben reingenommen oder 104%. Mal schauen, wo wir in ein paar Monaten stehen, dann kann man wahrscheinlich einen besseren Durchschnittswert hier nehmen. Was bedeutet das für die GIG-Sektoren? Hier gab es keine Verbesserung, manche sagen vielleicht, ja Bitcoin ist ja auch ein Rohstoff, gehöre ich jetzt nicht dazu, deshalb lasse ich das mal außen vor. Also ein Sektor, nämlich Rohstoff, müssen wir immer noch abdecken. Schreibt ihr mir gerne mal, wenn du eine Empfehlung für diesen Sektor hast, und jetzt auch das Spannende, die erwartete Dividende pro Jahr durch diesen Zukauf und wie gesagt, als Hinweis, ich nehme jetzt nicht 108% Rendite an, sondern nehme hier 15% erstmal an, aber trotzdem bei 15% ist das auch, ja sind es rund 300 Euro fürs Jahr und damit wächst die erwartete Dividende für das nächste Jahr von 717 Euro auf 1017 Euro, also die 1000 Euro geknackt, die an Dividende ab jetzt jedes Jahr kommen werden, das ist irgendwie das Nette beim Dividendendepot, alles was wir hier aufbauen, ist nicht eine Eintagspflege, sondern kommt ab dann jedes Jahr und steigert sich von Jahr zu Jahr. Falls du an dieser Stelle immer noch dabei bist beim Video, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, du hast einen kleinen Exkurs in Optionshandel gemacht und ja, ich freue mich wie immer über dein Abo-Like und deine Zukäufe diesen Monat, was Dividendenaktien angeht, lass es mich wissen und ich verlinke dir hier noch ein spannendes weiteres Video, wir sehen uns, bis dann.